So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Story of Thor. Wir kommen scheinbar den Ender entgegen. Ich nehme mal den Shadow mit und dann haben wir hier ein Rätsel. Und zwar sollen wir auf den Schalter stehen und dann sollen wir eine bestimmte Reihenfolge drücken. Und zwar ist das Geheimnis die Reihenfolge, in der wir die Dinger gekriegt haben. Wir haben zuerst Ditto gekriegt, dann Everett, dann haben wir Shadow gekriegt. Und als letztes hier, ich nenne ihn mal Plenty oder Pflanze. So. Ja und nun? Hm. Das ist ja wunderbar hier. Ach, da oben geht jetzt was auf. Ah, also hat es geklappt. Wunderbar. Oh oh. Das sieht ja böse aus. Willkommen im Nichts, goldenes Amulett. Dies ist die Grenze zwischen der Schattenwelt und der Welt der Menschen. Hier kannst du die Kraft des Amuletts nicht gebrauchen. Dies ist das Ende deiner Reise. Oh oh. Oh oh. Hauen wir einfach mal volle Polo ruf hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn? So. Dokken. Ah. Dadurch geht das dritte Auge auf. Und das schießen wir mal dann immer mit dem Bogen rein. Okay. Aufpassen. Ich hoffe, ich kann noch Items benutzen hier. Wenn nicht, hab ich Pech. Weil ich darf nicht zu viel Energie verlieren. Oh 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 oh. Es zieht mich an. Es zieht mich an. Ah, der verliert so wenig Energie. Ich muss mal ein besseres Schwert nehmen hier. Ich hoffe, da komme ich da mit ran. So. Jawoll. So kriegt der nochmal was abgezogen hier. So. Oh, da hab ich nicht aufgepasst. So. Also einmal ins Auge leuchten. Ah, komm. Warum drückt der ihn denn jetzt nicht? Echte. Hau rein. Jawoll. Ach, ein Laserstrahl. Ein Polizist? Mö, Laserstrahl. Mö, Laserstrahl. Warum trifft der den jetzt denn nicht? Och man, ich hab ihn noch getroffen, Leute. Ihr habt es genau gesehen. Und er fallert mich mit seinem Wasser weg. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwann ein Item nehmen. Wenn nicht, jawoll. Kann ich. Okay, dann sollte der überhaupt kein Problem sein, denn ich hab so viele Item. Ist denn das jetzt der Endboss? Warum triffst du dich denn den denn nicht? Oh, ist das zum Kotzen oder was? Der hat ihn noch die ganze Zeit getroffen. Schön verbrannt vom Leser. Och man. Guck mal, witzig. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Konzentrieren. Mach die Augen auf. Warum triffst du ihn denn nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Aber ich nehme dann einfach mal den Bogen. Oder soll ich den Atombogen nehmen? Ich nehme mal den Atombogen. Vielleicht ist der besser. Jaaa, nein. Auf jeden Fall kriege ich selber was ab. Wie so gut ist. Wenn ich zu naht anstehe. Oh, ist mal ein Bauch getroffen. Leser, Achtung, der Leser! Hm, daneben. Schnell, 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 schnell. Leser! So, und Feuer! Warum hat er nicht getroffen? Wieder nicht getroffen. Jetzt habe ich getroffen. Sehr gut. Viel Energie hat er nicht mehr. Ich mache ihn fertig auf jeden Fall. Hm, mir nicht getroffen. Scheiße. Die Energie geht schon wieder zur Neige hier. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Laser, nein! So, schnell mal. Was haben wir denn noch überhaupt? Na, ist egal. Immer hier schon. Knoblau. Unser Knoblau-Fahne werden wir ihn fertig machen. Laser! Und Brandbomben! Und dann auch noch dieses Ding. Das sind ja alles auf einmal. Und der Laser! Da! Das ist ja schuld. So, jetzt nochmal fertig machen. So, ein Laserfall. Ich mache dann nochmal seine Laser-Attack. Laser-Attack. Oh, schluss die Kunde. Der ist doch nicht so schuld. Einmal noch. Oh, hallo! Oh, viel zu spät. Komm mal jetzt hier. So, haben wir ihn jetzt? Nicht ganz. Er hat noch zu viel Energie. Aber ich habe jetzt bald gar keine Energie mehr. Schnell mal was nehmen. Nochmal, guck ich auch so. Wieder, wieder gut aus, wenn es nach hier. Oh, Laser. Ist nicht ganz so einfach. Ist jetzt nicht so schwer auch. Also, man weiß ja, wie man ihn kaputt machen kann. So, da ist er. Aha. Okay. Okay, das war's mit dir, mein Freund. Bam! Was ist denn nun los? Ja. Ja. Speichern wir mal. Und wir haben auch ein bisschen Zeit hier im Video. Dann brauchen wir noch nicht neu abbrechen. Also gucken wir uns mal hier um. Wo sind wir denn hier? Das erinnert. Das erinnert mich so ein bisschen vom Stil her an Mystic Quest. Da waren ja. Da war ja man. Da war man ja. Da war ja man. Da war man ja. Falls ihr bei mir Mystic Quest gesehen habt. Oder es bleibt aber mal gehört. Am Ende dann in... Ich weiß gar nicht. Wie meinte sich denn die Gegend da? Ich glaube in so einem mystischen Ort. Und das ist ja hier genau das gleiche. Das ist ja gar kein Richter. Ach du Scheiße. Wofür bringen wir denn hier an? Das ist ja... So Käse könnten wir eigentlich mal nehmen hier. Mitnehmen auf jeden Fall. Ja. Was ist denn das jetzt da? Hallo kann ich nochmal zurück? So. Ein Schlüssel. Ich musste die also alle besiegen. So. So. Schlüssel ist nämlich immer gut. Speichern. Auch die Musik ist ja jetzt ein bisschen mystisch. Finde ich. Ah. Das sieht noch lange nicht vorbei aus hier. Dann können wir auf jeden Fall Shadow rufen. Hier eine Bombe kannst du da knicken. Hier kommen wir. Ich bin mit dem Schlüssel hier rein. Nee. Ähm. Wir kommen. Ich nehme erst mal ganz kurz Ditto. Und lad mich auf. So. Dann. Machen wir das ganze Ding aus. Und nehmen uns Shadow. So. Weil wir es können. So. Hinauf. Mein Freund. So. Und nun? Können wir da eine Bombe rüberwerfen? Und was ist jetzt passiert? Komme ich denn hier rüber jetzt so? Komme ich runter? Ja. Irgendwas ist passiert. Die Tür ist auf. Ah. Sehr, sehr gut. Wir brauchen den Schlüssel. Auch dieser olle Fisch. Hm. Hm. Ach. Wir hatten ja einen Schlüssel. Och. Wir hatten ja einen Schlüssel. Ach. Wir haben ja einen Schlüssel. Wir haben ja einen Schlüssel am Anfang gleich gekriegt hier. Als wir da die alle fertig gemacht haben. Die ganzen. Also gehst du jetzt mal rüber. Warum gehst du denn nicht da rüber? Dankeschön. So. Müssen wir jetzt den Schalter drücken oder nicht? Ist er wieder auf? Ist er zu? Scheiße. Ist nicht gut. So. Jetzt brauchen wir. Brauchen wir. Ach so. Dann können wir den von hier umbauen. Wir brauchen Dito. Kriegen wir den von dich? Von dir? Und der ist doch gleich da. Nee. Kriegen wir nicht. Ist ja jetzt schade. Ich hatte gehofft, dass ich ihn von ihm kriege. Komm. Gib mir Dito. Nee. Will er nicht. Okay. Dann müssen wir Dito woanders herkriegen. Und zwar. Müssen wir nochmal runter. Denn ich habe Shadow auch schon weggedrückt. Schade. So. Freunde. Bomben kriegen wir hier. Jetzt wissen wir auch warum wir die Bomben brauchen. Ach. Rätsel über Rätsel. Aber. Mittlerweile mag ich das Spiel schon ziemlich gerne. Na gut. Komm mal hin. Ähm. So. Dann haben wir jetzt wieder. Oh. Wie macht den jetzt den Stelz? Jetzt nehmen wir uns Shadow. Der nimmt den Bomben um da rüber zu kommen. Doken. So. Nehmen wir mal mit Shadow hier wieder hoch. Wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Und. Können uns äh. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz. Ich nehme noch Shadow weg. Den brauche ich ja jetzt nicht ganz. So. Jetzt brauche ich irgendwo Dito. Richtig hier. Jetzt so. Das habe ich doch gerade eben versucht. Warum haben es eben gerade nicht geklappt? Naja. Egal. Hat auf jeden Fall geklappt. Jetzt haben wir erstmal diese Lichter wieder aus. So. So. Den kommenden Geister oder was das auch immer war. Haben wir auch platt gemacht. Okay. Dann brauchen wir hier. Oh. Efrid. Erstmal machen wir die ganze Diener. Weil es ist mir nichts hier. Gibt es mir mal Energie bitte. Danke. So. Efrid macht es gleich verpult hier. Das ist kein Problem. So. Wir machen alle fertig. Ja. Einer kommt noch. Einer. Ne. Das war es jetzt. Dachte ich zumindest. Nein. Jetzt kommt wieder so ein oldes Feuer. Das Feuer können wir ja auch kaputt machen. Aber nicht mit diesem Schwert. Glaub ich. Weil. Feuer mit Feuer. Oder geht es doch. Schlägst du mal bitte zu. Ne. Mit dem Schwert geht das natürlich nicht. Mit dem Omega Schwert. Ist ja irgendwie logisch. Nehmen wir mal. Ach ne. Wir nehmen mal das Breitschwert hier. Damit ein. Zwei Treffer. Und dann ist das eben kaputt. Dir guckt es dir an. Das kann nämlich gar nichts. So. Dafür dass wir alle besiegt haben. Werden wir auch noch belohnt. Das ist auch nicht schlecht. Ähm. Jetzt brauchen wir. Alfred. Ah. Ich kann mit dem Omega Schwert das sowieso kaputt machen. Also brauche ich gar nicht Alfred rufen. Das ist ja noch besser. Speichern. So. Hier ist wieder ein Schalter. Oh nein. Nein. Jetzt kommen die Zombies. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Zombies töten. Oh. 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 Ich muss mal laden, Freunde. Ich bin nämlich gleich tot. So. Gleich mal die richtige Waffe auslösen. So. Hallo. Sound. Was ist denn Musik aus? Ach du Scheiße. Ne. Das ist nicht. Ich muss nochmal laden, Freunde. Dann muss ich das Shred behalten. So. Weil die kommen hier nicht zum Schuss ordentlich. Ah. Mit Omega Schwert sind die auch gleich tot. Oh. Hey. Das ist ja. Das ist ja. Dann ist es einfach. Ah. Ich bin wieder ein bisschen zu schwer angeschnitten. Okay. Aber das macht nichts. Alles okay. So. Ein Pilz. Weil wir haben ja einen Platz haben wir ja noch. So. Dann. Eine Bombe. Auf. Den Schalter. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Bomben Regeln. Scheiße. Ah ja. Ich hoffe es hat sich gelohnt. Nein. Hobby Copy. Was ist das denn? Keine Ahnung was das war. Aber nicht. Schatten. Shadow Ruf. Okay. Hm. Weiter geht's. Sind wir hier hinten? Hier sind wir gerade angekommen unten. Okay. Und nochmal schauen wo wir hinkommen. Bam. Ins Gesicht. So. Hier kommt wieder so einer. Boah mach mal hin hier. Bundesliga geht bald los. So. Der ist tot. Ich würde mal sagen. Wir sehen uns an dieser Stelle im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.